YouTube hat Kla.TV einmal mehr gesperrt. Kla.TV kann nichts mehr hochladen. Erfahren Sie mehr unter www.kla.tv. Angeblich hat das Video 53 Kriegserklärungen gegen alleinschuldiges Deutschland die Richtlinie zu Hassreden-Hate-Speech verletzt. Dieses von YouTube gelöschte Video vermittelt jedoch einzig journalistisch korrekt und mit prüfbaren Quellen selten genannte Fakten und ruft in keinster Weise zu Gewalt oder Hass auf. Kla.TV waren schon seit Jahren davor, dass Begriffe wie Hate-Speech beschaffen werden, um kritische und unliebsame Stimmen mundtot zu machen. Was, wenn das so weitergeht auf YouTube, bis alle gewichtigen Gegenstimmen ausgerottet sind? Wie können wir angesichts solcher YouTube-Zensur in Kontakt bleiben? Setze heute ein Zeichen, dass du dir das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung nicht rauben lässt, indem du unseren kostenlosen Newsletter abonnierst und mit uns in Kontakt bleibst. www.kla.tv slash news Setze ein weiteres Zeichen für das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, indem du den Kla.TV Newsletter an mindestens 5 Leute weiterempfiehlst. www.kla.tv www.kla.tv slash empfehlen www.kla.tv Ihr Sender für unsensierte Nachrichten täglich neu Wenn Ihnen unsensierte Informationen wichtig sind, dann teilen Sie dieses Video. Klicken Sie auf Daumen hoch und abonnieren diesen Kanal. Herzlichen Dank! Weiterführende Informationen finden Sie in folgenden Videos. www.kla.tv 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 www.kla.tv